Lesen Teil 3 Arbeitszeit 10 Minuten Lesen Sie die Situationen 13 bis 19 und die Anzeigen A bis J aus verschiedenen deutschsprachigen Medien. Wählen Sie, welche Anzeige passt zu welcher Situation. Sie können jede Anzeige nur einmal verwenden. Die Anzeige aus dem Beispiel können Sie nicht mehr verwenden. Für eine Situation gibt es keine passende Anzeige. In diesem Fall schreiben Sie Null. Einige Ihrer Bekannten suchen Angebote zum Thema Gesundheit und Sport oder bieten selbst Dienstleistungen aus diesem Bereich an. Beispiel 0 Robert möchte gern morgens vor der Arbeit schwimmen gehen. Anzeige B 13 Raffaea ist Trainer in einem Fußballverein. Er sucht einen Ort, an dem er mit seiner Mannschaft im Winter trainieren kann. 14 Susanna hat gerade ihre Ausbildung zur Yoga-Lehrerin abgeschlossen und sucht nun eine Stelle für den Berufsstart. 15 Kajetan ist Arzt und möchte sich gerne in traditioneller chinesischer Medizin weiterbilden. 16 Tatjana möchte abnehmen, denn sie hat gesundheitliche Probleme. 17 Tja sucht einen Yoga-Kurs für Anfänger. Sie hat nur Vormittagszeit. 18 Nadja möchte mit einer Freundin einen Kurzurlaub machen und ein Erholungswochenende verbringen. 19 Tabor hat oft Rückenschmerzen. Er möchte lernen, welche Übungen er machen kann, damit das besser wird. Vielen Dank.